Diese Bilder zeigen Scarlett Johansson und Ehemann Roman Doriag aus einer glücklicheren Zeit. Scheinbar gehört das jetzt endgültig der Vergangenheit an. US-Medien zufolge hat die Schauspielerin offenbar die Scheidung eingereicht. Die Anwältin der 32-Jährigen soll die entsprechenden Scheidungsunterlagen an Doriags Anwalt übermittelt haben. Vor zwei Jahren heiraten die beiden kurz nachdem ihre gemeinsame Tochter Rose Dorothy auf die Welt kommt. Und der gilt jetzt die volle Aufmerksamkeit. Denn Johansson soll bereits das Sorgerecht beantragt haben und auch Doriag will berichten zufolge um seine Tochter kämpfen. Das Paar soll sich bereits im letzten Sommer aus Mangel an Gemeinsamkeiten getrennt haben. Von da an folgen beide einer inoffiziellen Abmachung. Jeder Elternteil darf eine bestimmte Zeit mit der Tochter verbringen. Doch die Abmachung scheint der Avengers-Darstellerin nicht mehr gereicht zu haben. Denn sie möchte jetzt offenbar einen Schlussstrich ziehen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass uns hier nicht das gleiche Scheidungsdrama wie bei Brangelina erwartet.